Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rauch in ihren Augen anzunehmen bei Pfinsnadun in Uldum an dieser Stelle. Vorquest war Verräter und wir müssen Heuballen verbrennen. So, dann geht es ins Quest Gebiet. Da kann man entweder rechts rum laufen oder links rum. Und natürlich sind auch Gegner da. Schaut mal, hier ist ein Heuballen. Einfach Quest Item benutzen und der verbrennt. Ich glaube, hier habe ich auch Heuballen übersehen, da sind auch noch welche. Quest Item ist übrigens auch im Inventar, kann man sich in die Leiste ziehen und von da aus benutzen. Ihr seht diese Heuballen auch wenn es mehrere sind, es zählt nur als einmal. So, dann halten wir Ausschau nach weiteren Heuballen. Da hinten ist noch einer. Da kann ich jetzt... Ah, hier ist auch noch einer. Die sind so unscheinbar. Übersieht man leicht, finde ich. noch mal Quest Item benutzen. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr werdet. Und ich habe 4 von 5. Und schaut mal her, das sind noch weitere Heuballen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Zählt alles dazu. Ich nehme den da hinten. Warte, wo habe ich ihn gesehen? Da. Ich nehme den da. So, 5 von 5. Quest ist dann abzugeben bei Prinz Nadun. In Uldum, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre gut, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.